Neues Leben begrüßen, ein anderes vielleicht gehen lassen. In unseren somatischen Krankenhäusern sind wir die besten Ansprechpartner, wenn es um Spitzenmedizin geht, aber auch um Menschlichkeit. Nicht nur die beste Versorgung von Patientinnen und Patienten steht für uns an erster Stelle, sondern auch die Aus- und Fortbildung unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir begleiten die Menschen, die zu uns kommen, in allen Lebenslagen und betrachten nicht nur die Krankheit allein. Im Krankenhaus Maria-Hilf Akademisches Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wird sowohl in der Psychiatrie als auch in der Somatik Spitzenmedizin betrieben. Das darf und muss die Patientin oder der Patient erwarten können, wenn er zu uns zur Behandlung kommt. Das Besondere ist die traditionelle Berücksichtigung aller Belange, die der Gesundung oder Linderung dienlich sind, ganz besonders die persönliche Atmosphäre und die zugewandte Kontaktpflege im Sinne des christlichen Selbstverständnisses der Alexianerbrüder. Durch die vielen Fachgebiete an einem Ort können die Patientinnen und Patienten sicher sein, dass hier alle Aspekte der jeweiligen Erkrankung professionelle Berücksichtigung findet. Hightech-Medizin nach modernsten Standards und tiefer wurzelte Mitmenschlichkeit gehören bei den Alexianern zusammen. Hightech-Medizin nach modernsten Diffort 4 5 7 8 Untertitelung des ZDF, 2020